Hallo Charlotte! Wie geht es dir heute? Sehr gut. Sehr gut. Warum bist du so gut und hast du so schönen Anzug? Ja, sehr aufgeregt. Was machen wir heute? Wir gehen Tantinspringen! Tantinspringen! Wer hat diese verrückte Idee aus einem Flugzeug springen? Ich weiß nicht, meine ganzen Freunde. Willst du vielleicht etwas sagen zu deinen Freunden? Ja, ich möchte nicht sagen, das ist ein sehr gutes Geschenk. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber auf jeden Fall eine gute Idee von uns freundlich. Auch wenn niemand von euch dabei ist. Jetzt geht's los? Ja! Bauch! Krass! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ja, 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 ja. Jetzt ist es so, Alain. Auf geht's. Ach, geht's. Geil, 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 geil. Woah! Geil, 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 geil. Oh, Gott! Das ist so, was. Geil! Geil, 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 ge Oh yeah! Sie festen sich jetzt! Sehr gut! Magst du diese Abenteuer? Ja! Ja, was ich doch mag jetzt! Ja!